Video-Blog. Taster oder Taster. Für Liebe und so weiter. Hallo! Hallo! Kann sein, muss nicht. Glaube ich, wird sich auf Dauer nicht durchsetzen. Kommt drauf an. Wie dringend es schon ist. Ich hupp ja auch nicht 10 Minuten, bevor ich in die Garage fahre, oder? Das ist kein Vorspiel, was er da macht, und wenn man das vorher macht, hat man garantiert keinen Sinn. Ich glaube sehr ans Vorspiel. Besser als Nachspiel. Und das kommt drauf an, was das Nachspiel ist. Na, zum Kühlschrank gehen und... Na, hat keine Zukunft. Also wie gesagt, Vorspiel, glaube ich, ist wichtig, oder? Vorspiel ist wichtig, ja. Manchmal ist es aber auch ganz zu lang dauern. Ja. Aber es ist zu lang. Zwei Jahre. Zwei Jahre ist zu lang. Gott, wann das mein Papa sieht. Komm her, weh. Yeah. You sexy motherfucker.